Ja, wegen dir habe ich es halbwegs nicht gestopft. Ich werde es gewissen. Ich dachte aber, der mag ja heiligst ab und zu Monaco. Ja, wie viel Zehn hast du? Ja, das oberste, ganz oben. Also hast du online Rangliste noch nicht angefangen. Ja, bei 0 hast du? Ja. Ich habe 1700, also hast du bei dem zweiten auch, steht auch noch kein Bronze, Silber, sonst was dran. Und Buchstabe hast du auch noch nicht. Ja, ja, dann hast du auch noch kein... Warte, ich kann auch auf der Profilklotzen, bin auch blöd. Ah, ne, scheiße. Ich kann was meins gucken. Ja, ich habe Silber, Gold kriege ich bei 2000 Bewertungspunkte, ja. Anwesenheit habe ich Rang B, warum? Ja. Safety-Wertung, die meine ich habe ich A, brauchen wir ja bei dem Spiel S. Also S, schätze ich mal, dass S das höchste ist. Heißt ja, nur bling, ja, schaffen sie die höchste Wertung. Schätze ich mal, wie im alten ist S. Ja, und natürlich auch Level 50, ja, wo... Was mache ich denn mit, also wenn du schon 16 hast, ja. Das mache ich auch jetzt, wie es, 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 wie es mehr Punkte gibt. Äh, Bereitung, ja, dann, so. Sehe ich ja jetzt, wie ich, wie ich alleine schon, äh, 3, 4 Tausend für Platz 2 kriege, ja. Oder eben Nicht-Ranglisten. Also wenigstens kriegst du bei Nicht-Ranglistenspiele, ja, wo es ja die Wertung nicht gibt, ja. Wo du aber auch abkürzen und wo du ja auch selbst einstellen kannst, ja. Also, was wir da bei 18 gemacht haben mit Thomas und das, wo ich ja Italien abgekürzt hab, ja. Ähm, da kriegst du aber auch, kannst du aber auch, denn wenn wir hier hochmachen, wie man weiß, wie auch bei 18. Ja, dann, wenn da die Ranglistenspiele, ja, wo man abgestimmt wird, wegen Strecke kommt. Ähm, kann ich hier, ähm, hier kann mich vorglotzen, wie, oder, oder, ne, hier steht was dran, Wetter und Kolifan. Auf dem Ende steht, glaube ich, äh, 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 äh. Oh, Mann. Sie kennt ja auch, äh, kenn ich auch, äh, 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 das, ja, war sichtbar ja, und so. Äh, 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 äh? Äh, 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 äh. Äh, äh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm. Ja bringt mir da hinten auch nix. Dadurch hol ich auch keine Punkte auf. Nichts jetzt gegen dich. Kannst noch ganz leicht rausfliegen. Wenn ich als 20 Stau auch keine Punkte hol. Ja man, wenn die nicht so rumtuckern säten. Ja, das ist so. Die fahren nie wie Stauwehr. Ja. Weißt du, wenn es sexy macht, Leute da um die langsame Kurve rumtuckern, dann sieht's ja aus wie Stau. Weißt du, ich bin zwar nicht so, ich seh zehn Leute vor mir. Bis, bis erster. Fällst du, fällst du ohne, ohne Nasensende oder was? Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay. Aber den Zusatzpunkt gibt's nicht als 19er. Doch. Reifen, hätte ich letztes Jahr, MonthOLD MZUG occur, Du kriegst noch den Top10, den Zusatzpunkt. Damit keiner aus dem Top11 popped. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Ja, aber im Echten, ich rede vom Echten, kriegst du das als Elfster und Zwölfster nicht. War doch ein L1-Rennen zu. Ich weiß, dass man doch irgendwie nicht kriegt, ist das doch schnuppe, ja. Okay, Abstand zum Teamkollegen, 8,6 Sekunden. War doch zu. Wenn ich jetzt sehe, ob ich einen Punkt habe, wenn du sie mir dann wieder weg lauscht, erfahrt doch zu, hey. Ja, hallo. Ja, ist mir jetzt auch schnuppert, ich kann nichts machen, wenn ihr da hinten steht. Ja, ich kann doch hier nichts machen. Die blockieren mich. Wieso werde ich disqualifiziert? Ich kann doch nichts machen, ihr Missgeboten. Das Rennen ist für uns vorbei. Ja. Schau, ich hier, das meine ich bei Chugge. Die schieben mich, ich war schräg und ich sollte mich umdrehen. Ich konnte nicht mehr rüber, die waren in mich. Ja. Ja, schau, es ist scheiß Zeit gelaufen. Ja, genau da, wo du jetzt stehen tust. Und da, die ich jetzt immer noch stehen, wo du jetzt gerade fährst. Ja, da, der, 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 der Stau sagt. Ja, genau jetzt, wo du jetzt bist. Da ist es so schräg standig. Und ich konnte nicht mehr zurück. Man hat ja gesehen, weil drei Leute nie bei mir standen. Und ich ist auch nicht an mir vorbeigefahren. rüber ging es nicht da war einer hinter mir den habe ich ja versucht wegzuschieben auch egal auf schaden vorwärts ging es nicht weil da war die wand ja das meine ich genau da steht siehst du da steht doch die scheiß ja die scheiß leiblen gewinnt raus da bin ich auch schon hingeblieben kann ja da drüber gefahren deshalb abgekürzt so gern genau da bin ich geblieben ja genau das stück wo du gerade ja da bin ich mir reif und hingeht das schon wenn das die fünf sekunden waren ja kann auch nichts machen aber das rennt nicht bänden dort zählen die runde keine ahnung da werde ich jetzt nur noch punkte für rennen beendet aber ja egal dann werde ich endlich den nächsten meilenstein bekommen ich würde ich wurde desqualifiziert wegen parken an gefährlichem ort ja ja morgen wieder kubitz da wird auch mit desqualifiziert wenn ich ja nachlesen weil er ging es ja unerlaubtes blockieren gab für mich drei sekunden da das 1 kollision ist eine rausgeführung kollision mit mit reken ja das ist das was das zeit gewesen sein ja kollision mit seins verursacht ja kubitzer strafe kollision mit mit mir ja kommand kuschauer ja kollision mit mir ja patsch ja das war doch alles ich werde am ende noch noch mit ich unerlaubtes blockieren drei sekunden ja dann dass die diskaviation war ja wegen parken an gefährlichem ort und kubitzer wird auch mit desqualifizierte ok dann drücken wir mal weiter